... aus Giuseppe Chilnanski. Die zweite Zwischenzeit für Apropov, 57, 62. Das ist gar nicht so übel. Ja, das ist sogar sehr gut. Hey Leute, ich soll es einen richtigen Applaus wiedergeben. Gute Zwischenzeitung werden da gemeldet von Bulgarien. Ja, und das ist der jüngste Teilnehmer des heutigen Rennens, Jahrgang 1997. Rauf mit den Pfannen für Apropov, Bulgarien. Ja, und das ist der jüngste Teilnehmer des heutigen Rennens. Rennens. Wie haben wir mit diesem Rennens? Ja, ich habe es mit diesem Rennens, dass dieser Rennens ist, dass sie schon aus dem Rennens und umgegnete. Ich glaube, dass Albert nicht die Verrückung ist. Ich denke, dass sie sehr guter Potenzial haben. Ich glaube, dass er noch ein paar Punkte in der Rangliste ist und starte mit 10-15 Nr. Und ich denke, dass die Chance ist sehr groß für die Aufmerksamkeit. Wie geht es mit dem Kommentar? Es war sehr schwer. Ich habe nicht so viel zu sagen. Es war sehr dröblich, sehr dröblich. Aber in der Zeitung habe ich mich zu sagen. Ich hoffe, dass ich mich für die Finale bin. Es war nicht so etwas, was te schmutzig? Nein, wir waren auf 100% und haben alles zu schmutzig. Fistata war sie? Fistata war sie doch sehr schwer. Wie fühlst du dich in dieser Konkurrennung? Super-Zweizitel. Wie fühlst du dich in dieser Konkurrennung? Nein, das war nicht so. Sie sind 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 nicht so.